Liebe Gäste, das Wetter hat sich gelohnt. Es hat zwar lange gedauert, auch für uns, aber wir freuen uns. Die Thermik ist parat, die Liegenstehen schon wieder da, wir tun sie persönlich alle wieder testen und ich muss sagen, wunderbar. Bis bald. Wir freuen uns ganz sehr, dass Sie bald wieder da sind. Bis bald.